Down-Set-Short. Down-Set-Talk in kurz mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben einiges aufzuholen. Am Wochenende, beziehungsweise schon vor dem Wochenende, sind viele Dinge passiert und wir konnten kein Down-Set-Short aufnehmen, weil ich nicht im Lande war. Ich bin mal kurz ausgeflogen sozusagen. Geflogen ist Quatsch. Aber ich war in Dänemark fürs Wochenende und deswegen müssen wir das jetzt am Montagabend nachholen, was da in den letzten Tagen rund um die NFL passiert ist. Lass uns mal mit Odell Beckham Jr. anfangen. Der wurde von den Browns entlassen. Da hat es so überhaupt nicht funktioniert und dann musste er durchs Waver, ich kriege dieses Wort nicht hin, Waver Wire durch. Ihn hat niemand gepickt, dann durfte er mit allen Teams verhandeln, was einen neuen Vertrag angeht. Und am Ende ist er bei einem Team gelandet, das wir jetzt am Donnerstag in unserer regulären Folge noch so gar nicht auf dem Schirm hatten. Nämlich die LA Rams sind's geworden. Ja, die ganze Timeline war echt sehr kurios irgendwie. Wir hatten ja am Donnerstag ein bisschen drüber gesprochen. Das ist erst so Seattle war erst so der Favorit, dann auf einmal Packers sind der Favorit, da will er hin. Da hat man jetzt auch einiges im Nachhinein gehört, also dass dann Devont Adams wohl auch sehr aktiv versucht hat, ihn da hinzuholen. Patriots ging auf einmal rum, Belichick soll ein Fan von OBJ sein. Und irgendwann war dann so, ja, entscheidet sich wahrscheinlich zwischen Packers, Chiefs und Saints. Das schienen dann so die Favoriten zu sein. Und dann auf einmal kam so die Meldung wirklich ein bisschen aus dem Nichts, dass die Rams ihn verpflichten. Da kam dann im Nachhinein ein bisschen mehr Info auch raus. Also Rams haben ja auch einiges an Receiver-Umbruch. Tutu Atwell, ihr Rookie, der spielt ja bisher quasi keine Rolle und ist jetzt auch dann verletzt, meines Wissens nach. Dann haben sie ja sich von Deshaun Jackson getrennt, der weg wollte, weil er eben nicht diese Rolle bekommen hat, wie er sich erhofft hatte. Es kam dann so im Nachhinein raus, dass sie offensichtlich Interesse an Josh Reynolds hatten. Dass er der Ex-Rams-Receiver, der in der Free Agency nach Tennessee gegangen ist, dann jetzt da wieder entlassen wurde. Und die Rams haben wohl auch einen Waiver-Claim für ihn eingereicht. Aber Detroit eben auch. Und Detroit hat natürlich die höhere Priority. Sprich, man kann durchaus argumentieren, dass wenn Reynolds bei den Rams landet, also wenn die Lions keinen Claim für ihn einlegen und kein anderes Team davor, dass OBJ jetzt wahrscheinlich ein Packer wäre. Das Szenario liegt wohl relativ nahe. Und als eben das klar war, okay, Reynolds kriegen wir nicht, danach soll L.A. dann so richtig ins Rennen um Beckham eingestiegen sein. Und der andere Part-Kontext natürlich ist die Verletzung von Robert Woods, der sich dann am Freitag im Training, also keine 24 Stunden nachdem bekannt wurde, die Rams holen wahrscheinlich Beckham, das Kreuzband gerissen hat. Offenbar, als er in den Jet-Sweep gelaufen ist, nichts Wildes irgendwie, knietat weh, hat es erst gar nicht registriert, dass es so schlimm ist. Und dann auf einmal, ja, Schmerzen sind irgendwie da geblieben. Dann haben sie es gecheckt und gesehen, okay, Kreuzband. Ja, also wir kommen natürlich gleich auf beide Perspektiven. Noch so ein bisschen Team-Perspektive, Beckham-Perspektive. Aber so vielleicht als ersten Punkt, klar hilft es jetzt, dass du Beckham als Alternative quasi hast, nach dem Woods-Ausfall. Aber die Qualität von Woods und Kapp als Receiver-Duo war für mich halt schon maßgeblich, gerade eben in dieser McVay-Offense, dass beide einerseits gute Roadrunner sind, klar, aber eben auch beide gute Blocker sind. Und wir haben ja immer davon geredet, diese Vielseitigkeit von den Rams-Receivern, die du nicht nur im Sinne von, du kannst sie außen und im Slot aufstellen, sondern du kannst sie wirklich auch in die Formation reinziehen. Also Robert Woods steht ja auch manchmal im Backfield irgendwie und blockt die wen weg. Und da bin ich schon gespannt, ob die Offense jetzt noch mehr von eigentlich dieser McVay-Kernidentität weggeht. Einfach, weil es nicht Beckhams Spiel ist und jetzt vielleicht noch mehr spreadlastig wird, was Beckham, denke ich, mehr liegen würde, aber was halt die Identität der Offense schon auch noch mal ein Stück weiter verschieben würde. Hatte er das nicht sogar schon angekündigt in einem Interview? Er hatte gesagt, McVay hatte gesagt, also vor der Woods-Verletzung eben, in dem kleinen Zeitfenster, beziehungsweise er hat es nicht gesagt, es wurde berichtet, aber von Peter Schrager. Und Peter Schrager ist ja quasi, ja, Best Buddy mit Sean McVay. Also wenn er das berichtet, dann vermute ich mal, dass es auch direkt von ihm gehört hat, dass sie eben mehr Ten-Personnel spielen wollen, mehr mit vier Receivern spielen wollen. Jetzt, klar, kam die Verletzung von Woods, das wird das wieder ein bisschen auf den Kopf stellen. Aber ich vermute schon, dass die Tendenz in die Richtung geht, dass die Rams mehr noch spreadlastiger werden. Dann lass uns mal die beiden Perspektiven thematisieren. Die Rams. Es gibt, glaube ich, kaum ein Argument aus Rams Sicht dagegen, warum man einen Odell Beckham Jr. nicht verpflichten sollte, wenn man es kann, oder? Für den Preis vor allem. Ja, genau. Also, klar, die Rams sind All-In und so weiter. Und Beckham irgendwie zu dem Zeitpunkt als sein Nummer-3-Receiver zu holen, ist ja irgendwo die Definition von All-In. Aber das ist für mich jetzt auch kein All-In-Move, wenn man es jetzt mal isoliert betrachtet, weil es ist halt relativ wenig Risiko. OBJ kassiert 1,25 Millionen Dollar für den Rest der Saison, plus potenziell drei Millionen über verschiedene Boni-Möglichkeiten, unter anderem 500.000 Dollar, wenn die Rams den Super Bowl gewinnen. Das sind alles eigentlich so in die Richtung eben Playoff-Spiele erreichen, gewinnen, solche Sachen. Also, falls er alle Bonus-Ziele erreicht, dann würde er noch mal insgesamt 4,25 Millionen Dollar von den Rams bekommen. Und hätte dann mit dem, was er von den Browns ja auch noch bekommt, plus eben dann dem Rams-Gesamtpaket, würde er tatsächlich ein bisschen mehr verdienen, als wenn er die Saison in Cleveland beendet hätte. Aber aus Rams Sicht, also zum einen, falls sie dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, ich glaube, da zahlen sie Beckham gerne 4,25 Millionen Dollar. Das glaube ich auch, ja. Und das ist ja generell keine Summe. Also, selbst wenn es dieses Jahr Maximalwert wird, die irgendwie dein Capspace jetzt nachhaltig vor Probleme stellt. Ich habe schon bei Twitter gesehen, dass du Odell nicht so ganz verstehen kannst. Er hatte jetzt wohl eine größere Auswahl mit, ich meine, das sind alles Top-Teams und mögliche Super Bowl-Contender mit den Chiefs, mit den Packers, mit den Rams. Die Saints waren ein bisschen ausgeklammert und auch die Patriots, gut nach dem Wochenende. Wer weiß denn der EFC? Auch die Chiefs, also wer weiß denn der EFC? Ja, aber ich sage mal so, die Packers, die Chiefs und die Rams sind dann doch, glaube ich, nochmal eine Stufe darüber zu sehen. Du konntest nicht so richtig nachvollziehen, warum er ausgerechnet die Rams genommen hat, oder? Also, er hat halt eine andere Priorisierung, glaube ich, gehabt, als ich gedacht hatte. Oder man kann es ja in drei übergreifende Kriterien so ein bisschen einteilen. Wenn jetzt sagen, du bist Odell Beckham und du suchst jetzt mitten in der Saison ein neues Team. Geld, dann Chance auf einen Ring und eben die Gelegenheit, sich bestmöglich zu präsentieren. Weil wir hatten ja darüber gesprochen, ich glaube, in der letzten Folge auch war es Odell Beckham mit diesem neu angepassten Vertrag wird Free Agent nach dieser Saison. Sprich, für ihn geht es jetzt auch absolut darum, irgendwo um seinen Marktwert ein Stück weit zu spielen. Und also, wenn wir mal diese Punkte abarbeiten, ich glaube, finanziell war der Markt nicht wirklich lukrativ. Keine Ahnung, was er aus Green Bay wirklich bekommen hätte. Die Gerüchte waren eigentlich die ganze Zeit, dass er das Veteran Minimum-Angebot bekommen hat. Das wären dann 1,075 Millionen Dollar gewesen. Also nochmal ein bisschen weniger als das, was er jetzt von den Rams dann garantiert bekommt. Insofern, da hat er vielleicht sogar das beste Angebot angenommen. Zumindest wird es da keine krass höheren gegeben haben. Und Punkt zwei, Titelchance eben. Da hast du ja gerade gesagt, da haben mehrere Top-Teams, die ist bei den Rams natürlich absolut gegeben, die wäre bei den Packers auch gegeben gewesen. Was ich an der Entscheidung eben nicht so wirklich verstanden habe, war, inwieweit er die Möglichkeit jetzt sieht, sich da bestmöglich zu präsentieren. Da hätte er in meinen Augen eben in Green Bay oder auch in Kansas City eine bessere Chance für sich selbst gehabt. Er war nur, wenn man schaut, wie viele Targets er bekommt. In Clevens hat er im Schnitt grob fünfeinhalb Targets pro Spiel gesehen. Jetzt mit der Woods-Verletzung sehe ich ihn auch ungefähr in der Range bei den Rams. Aber das wusste er ja nicht, als er da unterschreibt. Ich denke, dadurch, dass er die Rams gewählt hat, ist es wahrscheinlich fair zu sagen, dass er den Ring weiter oben auf der Prio-Liste hatte, als jetzt die Frage, wo er sich bestmöglich für die kommende Free Agency präsentieren kann. Genau. Und ich glaube, und das könnte ich auch nachvollziehen, dass Odell Beckham Jr. geguckt hat, wo glaubt er am ehesten daran, dass man wirklich eine Chance auf den Superbowl hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Packers und die Chiefs keine Chance haben, aber ich finde das sowohl aus Rams als auch aus OBJ sich ganz spannend. Es ist ja immer das, was zuletzt Erfolg hatte. Das ist ja immer dann ein bisschen en vogue. Und guckt doch mal, was die Tampa Bay Buccaneers gemacht haben. Die haben sich diese ganzen ja aussortierten ehemaligen Stars zusammengesammelt. Also Tom Brady wurde jetzt nicht wirklich aussortiert, aber Tom Brady hat man geholt. Man hat Gronk zurückgeholt aus dem Ruhestand. Man hat Antonio Brown im Laufe der Saison verpflichtet, der dann am Ende den Ring gewonnen hat. Man hat Leonard Fournette geholt, der dann am Ende den Ring gewonnen hat. Und was hat das für zum Beispiel die letztgenannten Antonio Brown und Leonard Fournette für die Reputation getan, fürs Prestige? Jede, jede Menge. Antonio Brown war weg vom Fenster. Ich weiß, dass wir hier irgendwann mal im Podcast gesessen haben und gesagt haben, Antonio Brown ist done. Der wird in der NFL keinen Fuß mehr fassen. Jetzt war er bei dem Superbowl-Run von den Bucks enorm wichtig und hat eine unglaubliche Wertsteigerung irgendwie erfahren durch diese Vertragsunterzeichnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass OBJ gesehen hat, okay, die Rams haben Matthew Stafford geholt. Sie haben eh einen Top-Trainer mit Sean McVay. Dann haben sie jetzt gerade Von Miller geholt. Und noch einen Star, die haben schon einen Star mit Aaron Donald, mit Jalen Ramsey, mit Cooper Cupp. Da ist es dann letztendlich fast egal, wie beispielsweise Antonio Brown, bin ich jetzt der Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver oder dann doch die Nummer 3 oder so. Wenn ich halt dann auf der größtmöglichen Bühne, den Playoffs, A, möglichst weit kommen kann und B, den Spielen dann auch in gewisser Weise einen Stempel aufdrücken kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch irgendwo so eine Rolle gespielt hat. Plus, sind die Chiefs gerade wirklich, haben die Chiefs mehr Chancen auf den Superbowl als die Rams dieses Jahr? Ich würde sagen, nein. Bei den Packers könnte ich das noch eher nachvollziehen. Für mich sind aber die Rams von den drei Teams auch am ehesten der Top-Favorite. Bei den anderen beiden hätte er halt eine, also wie gesagt, das müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Weil er hat ja die Rams gewählt, als Robert Woods noch nicht verletzt war. Er hätte vor allem eine klar definierte Rolle gehabt, finde ich, bei den Packers und bei den Chiefs sowieso. Bei den Chiefs wäre es ja so der Punkt gewesen. Vielleicht geht er da hin und die Offense funktioniert wieder, weil sie halt jetzt endlich wieder diese Waffe auch outside dazu haben, die ihnen im Moment fehlt. Also da wäre halt die Rolle klarer definiert gewesen. Aber der Punkt ist absolut fair. Und vor allem, ich würde es sogar noch erweitern, wir haben das in den Playoffs ja häufiger gesehen in den letzten Jahren. Tampa Bay ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Aber auch in anderen Fällen, dass eben so der Nummer-2- oder Nummer-3-Receiver, je nachdem, wenn von der Qualität her der Nummer-3-Receiver gut genug ist, aber Nummer-2 oder halt Nummer-3 gerade in den Playoffs echt eine kritische Rolle spielen kann. Weil du halt, du spielst natürlich gegen gute Teams logischerweise in den Playoffs, in den allermeisten Fällen zumindest. Und gute Defenses dann sind halt auch in der Lage, deine Nummer-1-Waffe auszuschalten. Und dann ist oft, ich weiß nicht, das ist oft, aber es fällt jedes Jahr doch wieder auf, dass es Teams gibt, wo eben diese zweite, dritte Waffe mehr im Rampenlicht steht. Und klar, das ist natürlich ein Faktor, wenn wir jetzt sagen, er geht vielleicht zu den Chiefs und spielt zwar eine gute Saisonhälfte mit vielen Targets und so weiter, aber irgendwie Kansas City ist es halt nicht dieses Jahr oder halt bei den Rams ein bisschen kleinere Rolle und die spielen aber irgendwie Championship-Gaben oder sogar Superbowl. Klar, die Bühne, ähm, die Bühne macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ja, du hast vollkommen recht, Sammy Watkins war es für die Chiefs vor zwei Jahren und Antonio Brown unter anderem war es für die Bucks letztes Jahr. Also ich, ich finde, das ist kein, ja, kein schlechter Move von OBJ gewesen. Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, ähm, warum nicht bei den anderen, ähm, du hättest irgendwie, ja, würdest du eine größere Rolle haben, hättest wahrscheinlich mehr Targets, aber ich glaube, er guckt tatsächlich auf, wo hab ich die größte Chance auf den Ring. Und war, glaube ich, halt eine Priorisierung, die wir, also ich nicht, weiß nicht, wie es dir ging, ich hab sie nicht erwartet, dass er das so als oberste Prior sieht, aber natürlich war die, die Chance da. Ja, klar, klar, für diese, ähm, also einfach so dieses Superteam, also so richtig Superteam ist es ja nicht, wenn man jetzt NBA vergleicht, aber halt so dieses Superteam, was NFL-Ferhältnisse schon, genau, äh, geht, dass du halt sowas für, und gut, L.A. im November, Dezember, Januar ist sicher auch irgendwo angenehmer als, äh, Green Bay im Dezember. Ja, gut, das könnte, die Stadt könnte auch eine Rolle gespielt haben, ähm, klar, aber, ähm, worauf wollte ich jetzt nochmal eben eingehen? Ach so, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ähm, von OBJ das nicht erwartet hätte, dass er halt einen Ring oder die Chance auf den Titel höher priorisiert, weil, wie alt ist der Mann jetzt? Ende 20, ähm, und der hat bislang halt jahrelang bei den Giants gespielt, ohne auch nur den Hauch einer Chance auf den Titel, dann hast du, äh, bei den Browns versucht, da was mit aufzubauen, sozusagen, das hat nicht funktioniert, und so langsam musst du halt schon mal gucken, dass du in den Playoffs weit kommst. Ähm, letztes Jahr mit den Browns, klar, ähm, da ist man vielleicht eine Runde weitergekommen, als man das vielleicht gedacht hätte, aber der will schon jetzt auch mal tief in die Playoffs kommen, ähm, zum Zeitpunkt seiner, oder, ja, zum jetzigen Stand seiner Karriere. Also, die Uhr tickt für OBJ, sag ich mal. Ich meine, er hat jetzt auch schon gesagt, er, also klar sagt er das jetzt, ähm, er würde gerne auch, ja, über die Saison hinaus bei den Rams bleiben, das wäre dann vielleicht so der nächste Schritt, wenn du sagst, wie, also, die Rams, wissen wir alle, wie aggressiv die sind, und wie, ja, die dieses Titelfenster auch spielen, und jetzt sagen wir mal, sie gewinnen vielleicht nicht den Superbowl dieses Jahr, dann sind die wahrscheinlich auch eine gute Chance, dass du da noch mal ein Jahr bleibst als OBJ. 29 ist er, das zur, der Vollständigkeit halber. Ähm, lass uns noch zu unserem zweiten Thema kommen, ähm, zur zweiten großen News, denn Cam Newton ist zurück. Oder wie er sagen würde, er ist back, denn er ist zurück bei den Carolina Panthers, und er hat dann am Sonntag auch direkt für die Panthers gespielt. Seine ersten zwei Ballkontakte, wenn ich das richtig gesehen habe, waren direkt Touchdowns. Einen ist er selber gelaufen und einen hat er geworfen. Das war mal ein Comeback, das hätte er sich wahrscheinlich nicht besser träumen lassen. Und ja, Cam Newton ist jetzt nach der Verletzung von Sam Darnold zurück bei den Panthers als Quarterback. Genau, und wird auch vermutlich diese Woche schon starten. Da werden wir am Mittwoch, wenn wir unsere reguläre Folge aufnehmen, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wissen. Aber Matt Rule hat heute, also am Montag, auf seiner Pressekonferenz gesagt, dass Cam den Großteil der Snaps mit den Startern bekommen soll im Training. Und wenn er eben, wenn sie den Eindruck haben, er sozusagen, er kann das Playbook, er kann genug vom Playbook sozusagen, ähm, dann wird er auch am Wochenende starten. Da ist natürlich dann auch noch mal eine Story, weil da spielen sie gegen Washington mit Ron Rivera natürlich als Headcoach, sein langjähriger Panthers-Headcoach. Ich vermute, dass Cam Newton den Rest des Jahres starten wird, ist mein Tipp, ehrlicherweise. Und dann darüber hinaus mal schauen. Ähm, ja, also irgendwo passt es ja in die generelle Herangehensweise, ne? Von den Panthers so diese, ähm, das, was dieses Regime auf der Quarterback-Position macht. Letztes Jahr hat Teddy Bridgewater geholt für viel Geld, den dann direkt wieder verscherbelt nach einer Saison, in der eigentlich, eigentlich hat Bridgewater ja das so mehr oder weniger gespielt, was man erwarten konnte, fand ich. Vielleicht ein klein bisschen schlechter, aber irgendwo so in dem Rahmen. Den dann direkt abgegeben, der steht dieses Jahr noch mit über 15 Millionen Dollar Deadcap in den Panthers-Büchern. Ähm, ich glaube, es ist sogar der höchste Cap-Hit, den Carolina dieses Jahr hat. Also kein aktiver, kein Spieler, der tatsächlich für die Panthers spielt, ist, glaube ich, da drüber. Ja, schönes Meme übrigens gewesen, dass die Panthers aktuell Cam Newtons Nachfolger bezahlen, den Nachfolger von Cam Newtons Nachfolger bezahlen und Cam Newton jetzt wieder selber bezahlen. Genau, ja. Ähm, genau, ja, dann eben, dann holen sie Donald. Für ja auch, haben wir viel drüber gesprochen, einen stolzen Preis, nicht nur was die, die Picks angeht, sondern eben Fifth-Year-Option hat über 18 Millionen Dollar für die nächste Saison garantiert. Ähm, und jetzt nach einer halben Saison, in der relativ klar zu sehen war, dass Donald nicht die Antwort ist, schießen sie ihn mehr oder weniger ab. Klar, er ist jetzt verletzt, wird jetzt sowieso ein paar Wochen nicht spielen, aber, also sie holen ja eben auch Cam Newton nicht nur, sondern sie zahlen ihm rund 6 Millionen plus Boni, maximal 10 Millionen, dafür müsste schon sehr viel passieren, aber, ähm, sie zahlen ihm schon auch jetzt nicht irgendwie nur das Veteran-Minimum. Also das ist ja mehr, als er die Patriots gekostet hat, im Vergleich. Ähm, insofern bleiben die Panthers sich da so ein bisschen treu. Ähm, es ist natürlich eine coole Story, überhaupt keine Frage. Die Panthers-Fans werden das sehr genossen haben, dass das nach jetzt mehreren Wochen, wo es doch wenig zu feiern gab, du so ein Cam Newton-Comeback bekommst. Mhm. Aber Carolina ist halt im Moment, finde ich, schon brutal darauf aus, irgendwie krampfhaft dieses Liga-Mittelfeld zu halten. Ja, das ist ja. Ja, also ich frage mich schon so ein bisschen, ob die halt auch irgendwie mittel- und langfristig kalkulieren oder ob sie jetzt wirklich nur von Übergangslösung zu Übergangslösung so ein bisschen denken, während halt ihre Defense aktuell richtig stark ist, keine Frage. Aber die muss ja auch irgendwann bezahlt werden. Das ist ja dann immer das Problem, wenn du eben eine sehr gute Defense hast, die vielleicht aktuell auch günstig ist, aber natürlich perspektivisch teuer wird. Und wenn du dann keine Quarterback-Lösung hast, dann ist es wieder das andere Problem. Ähm, ja, ich, ich finde die Panthers, also, klar ist das jetzt irgendwie eine coole Story, aber ich finde, das ist so ein weiteres Puzzleteil in die Richtung, dass die, ja, so ein bisschen ins Nichts unterwegs sind. Also, ich kann schon verstehen, dass man, ähm, wenn man die Chance hat, so eine Franchise-Legende zurückzuholen, ähm, das dann auch macht, wenn sich der, der aktuelle Starting Quarterback verletzt und PJ Walker einfach nicht die, ja, die Antwort ist auch nicht mal für den Rest der Saison. Natürlich könnte man sagen, okay, Saison verloren, lass uns dieses Projekt weiter vorantreiben, lass uns, ähm, das in der nächsten Off-Season dann noch, ähm, ja, das Team noch verbessern und, ähm, versuchen dann im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Aber du willst dich halt auch nicht mit PJ Walker auf Quarterback, mit so einer guten Defense da dann Woche für Woche irgendwie, ähm, abschlachten lassen. Ähm, ich glaube, da hat man schon dann irgendwo, ähm, ja, auch, das ist nicht meine Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da die Attraktivität, äh, der Franchise auch irgendwie im Hinterkopf hat. Keine Ahnung. Ähm, weil, ganz ehrlich, Odell Beckham Jr. wird die, äh, Odell Beckham Jr., Cam Newton wird die jetzt nicht tief in die Playoffs tragen. Nee. Also, ich würde es wundern, wenn Carolina Playoffs spielt. Also, das ist ja kein Move, wo du sagst, okay, jetzt hat man noch mal die Chance und mit der Defense und dann Cam Newton. Das ist ja halt eine Feel-Good-Story. Und da kann ich schon verstehen, dass man das macht, anstelle, ähm, davon, dass man jetzt mit PJ Walker da die halbe Saison durchleben muss. Ja, also, verstehe ich auch aus, äh, dem emotionalen Wert. Ein bisschen Marketing, ne? In gewisser Weise, ja. Es ist halt extrem, wenn du sagst, wir haben Teddy Bridgewater, ich hab's gerade noch mal nachgeschaut, Teddy Bridgewater, 17 Millionen Dollar Dead Cap, steht ja dieses Jahr in den Büchern. Ähm, dann hast du natürlich Sam Donald, den du auch dieses Jahr bezahlen musst. Und jetzt hast du eben, ähm, Cam Newton geholt, der dir auch noch mal, wie viel da auch immer es genau werden, fünf, sechs Millionen, dich kosten wird. Und hast halt schon deinen Cap auch für nächstes Jahr mitbelastet auf der Quarterback-Position. Das, ja, wie gesagt, also, ich seh dein Argument. Ich bin sogar auch sportlich, tatsächlich find ich's gar nicht so unspannend, weil wir haben ja, ähm, wir haben ja über diese Panthers-Offens teilweise gesprochen, dass so mit die beste Waffe irgendwann dann die Quarterback-Runs waren mit Donald. Ähm, also zumindest ist da auch die Bereitschaft da, das mit einzubauen. Die Offense könnte sogar ganz unterhaltsam werden. Aber ja, es ist halt für mich so eine Franchise, die jetzt unterhaltsam ist, als neutraler Beobachter, absolut. Ähm, ist es eine Offense, die man sich jetzt wieder eher anschauen kann, als mit Donald davor. Aber dieses generelle Quarterback-Management in Carolina ist einfach nicht gut. Und verrät mir für den Moment auch, dass das einfach nicht vielversprechend ist. Also, es ist einfach nicht vielversprechend, die Richtung, die sie halt jedes, oder bei jeder Entscheidung wieder einschlagen, so ein bisschen. Ähm, und letztlich wird's, ich glaub, es wird halt schwer sein, für die da rauszukommen. Klar, du kannst immer irgendwie in Runde drei Russell Wilson im Draft treffen oder in Runde vier Dak Prescott, das kann natürlich passieren. Aber ich glaub, es wird schwer, für die seien da rauszukommen. Du, das ist, das ist wie bei Technikprodukten. Wer billig kauft, kauft doppelt. Das ist so. Also, billig... Ja, sie kaufen ja nicht mal billig. Der Vertrag für Bridgewater, der Vertrag für Donald... Sie kaufen aber billiger im Vergleich zu Verträgen für die absoluten Top-Quarterbacks. Ja. Und vor allem kaufen sie keine absoluten Top-Produkte. Ja. Also, man wusste, dass Sam Donald jetzt nicht die Top Ten plötzlich knackt, bei denen, was die Quarterbacks angeht. So mein ich das. Und dann zahlst du halt irgendwie doppelt, hab ich das Gefühl. Also, zumindest machen die Panthers das so. Du, ich wär's auch anders angegangen. Wenn ich gemerkt hätte, okay, Sam Donald ist es nicht, jetzt verletzt er sich auch noch. Klar, unsere Defense ist gut und wahrscheinlich auch zu gut, um jetzt komplett irgendwie einzubrechen und dann irgendwie ganz früh zu picken im Draft. Weil, also, die werden jetzt nicht mehr ohne Sieg durch die halbe Saison gegangen, könnte ich mir vorstellen, aber sie werden jetzt nicht schlechter dadurch und sie werden nicht früher picken, wenn man jetzt Cam Newton dabei hat. Das ist richtig, ja. Genau, das ist ja der Punkt. Sie rutschen halt immer mehr in dieses Mittelfeld rein und versuchen das ja aber auch wirklich ... Natürlich ist da emotionaler Wert mit dran, das versteh ich auch. Das ist ja so ein bisschen wie das, als das neue Regime kam nach Carolina und man so gesagt hat, tradest du jetzt vielleicht McCaffrey, wo man halt auf einem absoluten Höhepunkt seines Werts wahrscheinlich war und du echt eine Riesenladung Picks hättest kriegen können. Aber kannst du das aus emotionaler Sicht sozusagen machen, was auch die emotionale Sicht der Franchise angeht, versteh ich voll und ganz, dass da jetzt auch eine emotionale Komponente mit dabei ist. Aber eben, wie gesagt, das übergreifende Quarterback-Bild in Carolina würde mir als Panthers-Fan, glaube ich, Bauchschmerzen bereiten. Hast du noch was zu Cam Newton oder Odell Beckham Jr. zu sagen? Ja, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir abgehakt. OBJ, wer die Folge direkt hört, gibt's ja gleich heute Abend zu sehen gegen die Niners. Ja, wird direkt spielen und vielleicht sogar als Punt-Returner, hab ich gerade gelesen. Wirklich? Möglicherweise, ja. Das wär, okay, interessant. Und was ich auch noch gerade gesehen hab, wer's nicht weiß, der Bruder von Odell Beckham Jr. heißt ganz kreativ Cordell Beckham. Da hat man sich nicht viel Mühe gegeben. Vor allem der Vater heißt auch noch Odell Senior dann halt. Also, ja, da hat man sich ... Also, ich sag das so, Namen finden kann anstrengend sein. Insofern wird's da von mir keine Kritik geben. Ja, gut, aber dein Sohn heißt nicht Adrian. Das stimmt, ja. Aber ist auch nicht so weit weg, herrlicherweise. Das stimmt auch wieder. Das soll's für diese Folge Downset Short gewesen sein. Lasst uns gerne wissen, was ihr zur Rückkehr von Cam Newton haltet oder auch zur Teamwahl von Odell Beckham Jr., der jetzt bei den LA Rams unter Vertrag steht für den Rest der Saison. Das war's für heute. Wir hören uns am Donnerstag zu einer regulären Folge Downset Talk. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.